Eine seltsame Krankheit breitet sich von Berlin aus über ganz Europa. Die Infizierten verhalten sich höchst gewalttätig und geradezu animalisch. Der Zellforscher Professor Warnecke wird damit beauftragt, ein Team von Wissenschaftlern zusammenzustellen. Es soll abgeschottet von der Außenwelt in der hochmodernen Forschungseinrichtung Limes I vier Wochen lang nach Ursachen und Lösungen für die Krise suchen. Warneckes erste Wahl fällt auf seine wissenschaftliche Assistentin Alexandra Pauli. Etwas ahnungslos, worauf sie sich einlässt, sagt Alex zu. Und auch die anderen Forscher, wie die Virologin Dr. Laura Hebel, wissen bei der Ankunft in der ehemaligen Bundeswehranlage noch nicht, was auf sie zukommt. Der sympathische Major Tom Yilmaz gibt zunächst allen eine Einführung in die Anlage und verteilt Hightech-Armbänder, mit denen sie telefonieren und sich gegenseitig orten können. Danach folgt die erste Lagebesprechung. So, dann fangen wir mal an. Das hier ist Dr. Beck. Er ist Molekularmediziner und schon seit ein paar Tagen hier unten. Und seit zwei Wochen mit dem Thema befasst? Beck nickt. Also, er weiß alles, was wir noch nicht wissen. Und darum gebe ich das Wort gleich an ihn weiter. Bitte schön. Ach ja, wir haben auch einige Nicht-Mediziner hier. Also, wenn es geht, allgemein verständlich, ja? Warnecke setzt sich. Beck tritt an das Pult. Ja, natürlich. Also. Er blickt in die Runde. Alle sind angespannt und neugierig. Beck greift die Fernsteuerung und ruft die erste Präsentationsfolie auf. Sie zeigt eine Europakarte. Wir haben es mit einer drohenden Virus-Epidemie oder gar Pandemie zu tun. Es gibt bundesweit 34 nachgewiesene Infektionsfälle, die meisten in Berlin. Die Zahl mag nicht alarmierend erscheinen, aber die tatsächliche Zahl der Infizierten dürfte weitaus höher liegen. Wir wissen fast nichts über die Inkubationszeit oder die Übertragungswege. Er ruft eine neue Folie auf. Was wissen wir? Nun, wir kennen alle infizierten Personen, die bislang Symptome gezeigt haben. Wir haben diese Personen isoliert und es sind ausschließlich männliche Patienten, die Symptome zeigen. Das Virus wird nicht über die Luft übertragen. So viel steht schon mal fest. Was den Verlauf der Infektion angeht, ist nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Pathogenese. Am besten sehen Sie selbst. Er ruft eine neue Präsentationsseite auf. Ein Video, das nun über die gesamte Wand projiziert wird. Es zeigt, eine Überwachungskamera liefert ein statisches Wild aus einer Raumecke. Man erkennt eine Tür, neben der ein Polizist in Uniform Wache steht. Auf einem Stuhl an einem Tisch sitzt ein Gefangener. Er ist nach vorn gebeugt, regungslos. Seine Arme liegen auf der Tischplatte. Er trägt Handschellen. Die Aufnahme stammt aus einem Verhörraum der Kriminalpolizei in Berlin. Der Mann, den Sie dort sehen, ist Bernd Wöhl. Er ist 001, der erste nachgewiesene Infektionsfall. Die Aufnahme entstand vor 16 Tagen. Zu diesem Zeitpunkt sind schon deutliche physische Veränderungen und Verhaltensauffälligkeiten feststellbar. 001 war Lehrer für Geschichte und Deutsch in einem Gymnasium in Berlin und wurde von Familie und Kollegen als ruhig, sachlich und relativ unsportlich beschrieben. Also mit anderen Worten, als harmlos und schwächlich. Nun richtet sich 001 auf. Alle im Lagerraum können sehen, dass der Mann, der dort sitzt, alles andere als schwächlich erscheint. Er ist ein Muskelberg. Die Tür zum Verhörraum öffnet sich. Zwei Zivilbeamte treten ein, ein Mann und eine Frau. Sie beginnen das Verhör, werfen dem Gefangenen schwere Körperverletzung mit Todesfolge in mehreren Fällen vor. Wöhl wird immer unruhiger, rutscht auf seinem Stuhl hin und her. Er hebt seine Nase, scheint einen Geruch zu erschnuppern. Dann urplötzlich bringt er auf, stürzt sich auf den Zivilbeamten, packt ihn am Kopf und bricht ihm das Genick. Er lässt ihn fallen. Die Beamtin und der uniformierte Polizist ziehen ihre Waffen. Wöhl dreht sich um, schlägt der Frau mit der Rückhand ins Gesicht. Sie fällt über den Tisch, ist benommen, hat ihre Waffe verloren. Der Uniformierte ist erstarrt. Langsam dreht sich Wöhl zu ihm um, dann reißt er in einer schnellen Bewegung das Verbindungsstück seiner Stahlhandschellen auseinander. Der Polizist drückt ab. Wöhl wird in die Brust getroffen, aber das scheint ihn nicht besonders zu stören. Er macht einen Schritt nach vorn und rammt die scharfen Kanten der Handschellen von beiden Seiten in den Hals des Polizisten. Dann geht er zu der Beamtin, die immer noch benommen versucht, vom Tisch aufzustehen. Wöhl drückt sie auf die Platte, reißt ihr den Gürtel auf, dann die Jeans in Stücke, reißt ihr den Slipper runter, dann sich selbst seine Hose auf, vergewaltigt sie. Währenddessen referiert Dr. Beck weiter. 001 und die Frau, Hauptkommissarin Anja Weber, sind hier bei uns auf der Isolierstation. Wir wissen, dass Frau Weber dort infiziert wurde, es ist also sexuell übertragbar. Währenddessen verfolgen die geschockten Teammitglieder, wie weitere Polizisten in den Verhörraum eindringen und es ihnen gelingt, Wöhl mit Tesern auszuschalten. Er fällt nach vorn auf den Tisch und begräbt die mittlerweile bewusstlose Polizistin unter sich. Beck schaltet das Bild um, eine andere Überwachungskamera zeigt ein modernes Krankenzimmer mit zwei Betten. In dem einen Bett liegt 001. Er ist mehrfach an Armen und Beinen festgeschnallt. Im anderen Bett liegt die Kommissarin Weber. Beide Patienten befinden sich im Koma. Bei 001 ist das medikamentös herbeigeführt, also eine Langzeitnarkose. Untersuchungen wären sonst unmöglich. Bei Frau Weber ist das anders. Beck schaltet erneut um und zeigt nun das Bild einer anderen Überwachungskamera, die auf die Frau gerichtet ist. Sie ist ungefähr 30 Minuten nach dem Vorfall kollabiert und befindet sich seitdem in einem katatonischen Zustand. Was etwaige Symptome der Infektion angeht, müssen wir abwarten. Inkubationszeit, Verlauf, wir wissen es nicht. Alle Messdaten, Blutwerte und so weiter können Sie nachlesen. Hervorheben möchte ich dies hier. Das ist der Dopaminspiegel von 001. Extreme Schwankungen im Mittel, drastisch erhöht. Und hier der Testosteronspiegel. Wie Sie sehen, jenseits von Gut und Böse. 3200 Nanomol pro Liter im Tagesdurchschnitt. Für die medizinischen Laien unter Ihnen, das ist um das fast 80-fache höher als bei einem durchschnittlichen gesunden Mann. Die einhergehenden physiologischen Veränderungen sind vielfältig, unter anderem verstärkter Muskelaufbau, vergrößerte Genitalien. Alex betrachtet mit ungläubigem Staunen, was Dr. Beck Ihnen da präsentiert. Das sind die Hoden. Hier der Penis im nicht-irrigierten Zustand, hier im irrigierten. Oh Gott. Laura Hebel springt von ihrem Stuhl auf und läuft hinaus. Ihr ist offensichtlich übel. Dr. Beck schaltet wieder auf die Überwachungskamera, die das Krankenzimmer in der Isolierstation zeigt. Die virale DNA ist sequenziert und es hat große Ähnlichkeit mit dem Human-Herpes-Virus 8. Ich tippe auf eine Mutation des HHV-8, aber das ist meine persönliche Meinung. Herr Professor Warnecke hat Wert darauf gelegt, dass Sie einen frischen Start machen können. Ich bin also gespannt auf Ihre Ideen und Ergebnisse. Während Beck diese Sätze sagt, passiert etwas im Hintergrund. 001 beginnt aufzuwachen. Zuerst kaum merklich, dann immer auffälliger bewegt er seine Gliedmaßen. Bald kommt Becks alarmierte Assistentin Nana Werchow ins Bild, ebenso zwei Soldaten. Alle drei tragen Schutzkleidung. Die Soldaten halten Wöhl links und rechts zusätzlich fest. Die Krankenschwester spritzt eine Injektion in die Infusionsleitung. Das Bild ist eine Live-Übertragung. Auch Beck dreht sich nun um und betrachtet die Vorgänge. Dann wendet er sich wieder dem Team zu. Sein Körper wehrt sich gegen die Narkose. Wir müssen die Medikamentierung ständig anpassen. Alex öffnet die Tür zu einer Damentoilette. Sie entdeckt sofort Laura Hebel, die sich über eine Toilette gebeugt hat und hineinspuckt. Sie spürt und steht auf. Geht's wieder? Ja. Danke. Sie geht zu den Waschbecken und spürt sich den Mund aus, wäscht sich die Hände. Das ist ein Monster. Meinen Sie den Mann oder den Virus? Eine Frage, die Laura Hebel nicht sofort beantworten kann. Ich finde es nicht in Ordnung, dass die Frau direkt im Bett neben ihm liegen muss. Ich glaube, dieser Dr. Beck hat daran keinen Gedanken verschwendet. So muss man sich nicht um zwei kontaminierte Räume kümmern. Hoffen wir, dass sie es nicht mitbekommt. Und wenn sie aufwacht? Dann schaffen wir sie raus.